Hier mein Goldbrand. Und du stehst da immer noch. Guten Abend. Aha. Hallöchen und Tschüss. Umbra! Da bist du. Der Troph. Der Troph. Gib mir deine Seele. Ich muss Dings. Wieso habe ich eigentlich so viele Schlüssel in meinem Winter? Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Und, was hast du gerade gedacht, Charlie Neuwache? Ja, plötzlich kommt so ein großes Alligator-Vieh hier beschworen mitten in Charlie Neal und dann ist es wieder weg. Wie von Zauberhand, nachdem es irgendwie so lila-artig geworden ist. Was war das denn? Ah, meine schöne Ausdauer! Komm zurück! Ausdauer! Fühle dich, Chicken, angeeignet! Chicken! Immer noch nicht genügend Ausdauer! Oh, wie der Böse! Na, es ist ja auch dunkel. Wir haben... Ne? Halb vier. Ja. Auf meiner Uhr sehe ich zwar aber was ganz anderes, denn wir haben zehn vor halb fünf, aber egal. Musst ja niemand interessieren, erfahren oder so auch immer, nicht wahr? Komm, fülle ich dich einfach auch mit auf. Pech, Pech, Pech! So, du wirst auch noch und Umbra zum Schluss noch. Weil Umbra braucht auch Seelen. Tja. Wuh, wuh, wuh. Wuh, 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 wuh. 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 Kapelle von Akai! Oh mein Gott! Wir werden angegriffen! Was macht ihr denn alle hier? Uff. Wer hat mich gerade mit einem göttlichen Blitz geblitzt? Dings, tja? Böse Aurora... När. Ja. Ihr werdet diese Kapelle nicht überfallen! Umreels Aurora sind wir nicht. Die Chayna-Kapelle ist vorerst sicher. Jetzt kann ich das Schwert des Kreuzeritters auf dem Hoch. Alter, wieder Akai weihen. Und er hat einen Purzelbaum rückwärts gemacht! Darf ich ihn behalten als Haustier? Los, Hündchen! Mach Platz! Äh, hier. Mach Männchen! Mach Männchen! Und da hinten liegt Blut! Sitz! Bleib! Brav! Ja? Sie hatten schon vor, hier zu entweihen. Aber sie sind nicht rechtzeitig fertig geworden. Weil Chicken aufgetaucht ist! So. Erstmal die ganzen Herzen von ihnen rausreißen. Weil Chicken keiner hat. Blut! Blut! Jetzt sagt mir nicht, die ganzen Leute hier drin sind schon tot. Ich hoffe nicht. Kapelle Traum! Be alive! Be alive! Wieso, wir sind auf jeden Fall immer im Leben und... Hilder Lange. Ich darf doch gerade mal, ne? Ihr habt nicht mal mitbekommen, dass eure Kapelle überfallen wurde. Hier! Äh, ne? Die heilige Alessia, möge dich bestrafen! Fühl dich bestraft! Ich verprügel ihn mit einem Buch. Yay! Hast du auch ein Buch, mit dem ich dich verprügeln kann? Grua... Gru... Gru... I... Ach, egal. Hier. Ach, das ist das gleiche Buch von... Pelinal! Pelinal! So. Jetzt weiß ich den Namen wieder. Hier. Pelinal würde ich... Pelinalen. Pelikan Weißplanke. So. So. Bestrafung. Sonst hier auch jemand? Ne, weg. Kürbis! Mitnehmen! Und Äpfel! Gib mir Äpfel! Das war nicht der Apfel. Das war nicht der Apfel. Aber da ist eine Feder drin. Oh, da ist auch eine Feder. Leute! Klaut doch nicht meine Federn. Hier, du... Du nicht... Daseinde Person. Stirb! In der Kapelle von Arkai. Wow. Wow. Weinen wir das Schwert neu. Das Schwert des Kreuzritters wurde erneut gemeint. Ich besitze jetzt alle acht Reliquien des Kreuzritters. Ich sollte zur Priorität zurückkehren, um mich mit meinen Rittern darüber zu beraten, wie man Umariel angreifen und vernichten kann. Ach, wirklich jetzt schon? Ja. Ja. Ich gehe aber noch nicht zurück. Nö. Das machen wir in der nächsten Aufnahme-Session. Schwert des Kreuzritters. Schwert des Kreuzritters. Was hast du denn so? Feuer-Schaden! Magik-Schaden! Und... Chicken hat auch einen Schaden. Wieso habe ich so einen Pfeil dabei? Weg mit dir! Tschüss! 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 Die Beinschienen! Was machen die? Das sind die Handschuhe, nicht die Beinschienen. Ich wollte schon immer mal Handschuhe an meinen Beinen tragen. Das sind dann... Fußschuhe. Nein, wenn man normale Schuhe an den Händen trägt, sind das eigentlich Handschuhe. Büm, büm, büm. Wo sind die Beinschienen? Beinschienen des Kreuzritters. Festigen, Wiederherstellung und Zerstören. Ziehen wir mal die komplette Rüstung an. Einfach nur so, weil ich es kann. Und den Schild. Weil ich darin awesome aussehe. Und Kreuzritter. Dings. So, trage ich jetzt alles ja. Wie hoch ist jetzt meine Wiederherstellungskraft? 133! What the fuck? Krasse Leistung. Aber jetzt bin ich doch mehr zu schwembelastet. Und irgendwie... Seht ihr das da unten? Wo das Schwert eigentlich ist? Hier? Irgendwie voll der Grafikfehler. Mhm. Und Chicken ist so schwer belastet. Ja. 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 Das gefällt Knacklion aber gar nicht. Ach komm hier. Kürbisse fressen. Kürbisse! Wieso wiegt der auch so viel? Ich sehe total fett aus mit diesen Kürbissen. Basongas! D3-Herzen. Das liegt also so viel. Warte. Chicken! Du hast doch hier! Z-Z-Z-Z-Z. Hat der Streitkolben eigentlich auch so einen komischen Grafikfehler? Unten beim Zeichen? Ja. Ja. Hat mir fast wohl nicht saubere Arbeit geleistet. Ha ha ha. Ja. Hier ist alles transparent. Also wirklich. Wie geht es euch heute? Die Pfeile! Obwohl. Die Pfeile stehen sogar. Die sind ja auch so weiß-silberig. Seid gegrüßt. Chicken ist jetzt die Kreuzritterin! Juhu! Mit einem vollen Inventar. Yay! Wo war mein Haus? Da war mein Haus. Mit dem Tor davor. Denn jedes Haus, wo ein Tor davor ist, gehört Chicken. Zumindest in Chardinal. Zumindest in Chardinal. Ich bitte so eigentlich. Ah, die Läden machen ja später auf. Bis äh... Ich muss irgendwo hingehen, wo ich Sachen verkaufen kann, oder... Komm. Ich hab doch mein Lager hier. Böse Chicken, böse. Nicht einfach hier so Sachen vergessen. Tö, 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 tö. Wehe, jetzt kommt irgendjemand um ein Tier. Rappenkurier und so. Wehe. Wehe. Dann hetze ich euch die Konkurrenz auf den Hals. Nasumi wird euch alle auslöschen. Das heißt nicht, dass Nasumi die Konkurrenz ist. Seht her, das Schwert und Schild und was auch immer. Weiß ich nicht. Kennen wir uns? Kennen wir uns? Hey! Versuchst du irgendwelche Tricks? Leg dich nicht mit mir an! Ich bin ein Huhn, ne? Böse. Weißt du, manche Leute heutzutage... Und wieso liegt der Steingrug immer, wenn ich hier reinkomme auf den Booten? Chicken fühlt sich irgendwie gemobbt von diesem Steingrug. Ja, geh rein! Ja, geh rein! Mach Purzelbäume, bitte! So, Sitz! Rundeplatz! Aus! Bei Fuß! Nein! Böse! Aber ich glaube, mein Inventar räume ich dann offscreen ein bisschen aus. Und... Dann ist nächste Woche auch schon das große Hauptquest-Finale von Nines of the Nine. Chicken! Bist du traurig darüber? So geht dir nun wirklich nicht, dass da ein anderes Muster ist als da? Ich achte doch so sehr auf Symmetrie! Ach, geh weg! So, geh weg! Du bleibst da! Ganz hinten! Und... Ihr geht jetzt auch weg, meine kleinen Frau! Ach, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme sehr schön wieder! Wenn wir dann zurück zur Brio-Rei der Neun gehen! Nicht zur Brio-Rei, nein! An die Brio-Rei der Neun! Ich hab dazugelernt! Fürs Erste! Und dann würde ich mal sagen, treten wir Umari kräftig in seinen Allerwertesten! In seinen auroranischen Hintern oder was auch immer! Und ich hüpfe hier noch die nächste Zeit wie ein Flummi herum! Während ihr das Video abschaltet! Also tschüss!